Wie viel hat er denn, Silber, rumgefragt? 80 hat er. 10% zu wenig. Er hat nicht mal 80. Er hat mir bestreut 80. Die haben den wahrscheinlich... Ey, ist doch kacke ist das. Wie hat er denn eigentlich? Wieso kriegt man denn... Ich will mal wissen, wie viele positive Einträge der hat, dass man den 3% GWD schenkt. Einer. Aber bei mir da ist auch so ein positiver Eintrag plus 3%. Ach seh. Bei mir war das in jeder positive Eintrag 1%. Kacke, welches Auto von dir hat den größten Kilometer stand? Weiß ich nicht. Bei mir ist es, glaube ich, der Sultan. Musste einer eigentlich von euch heute Nacht ein Gummiboot auspacken? Warum das denn? Hältst du jetzt nicht unbedingt das Kondom, meinst du denn nur? Nein, das nicht. Also ich wohne in einem Neubau, da kommt kein Wasser rein. Ich weiß ja nicht, was für eine alte Holzkaststelle du da wohnst, aber... Ich meine jetzt... Unser Haus ist dicht. Unser Haus ist auch dicht. Unser Haus ist auch dicht. Ich meine... Aber Wuppertal und zwar sind gerade gesoffen. Da stand das Wasser... Unser Boot liegt an der Müritz, das kann ich nicht eben überholen. Wo? Was? Wo liegt das? An der Müritz. Was ist das denn? Was ist das denn? Google S, doch. Ne, kann ich überhaupt nicht. Ich kann den Gutscheincode auf meinem Amazonen... Gutscheincode... Nicht mehr links. So, auf der Karte. Na, wenn du meinst. Syhx. Hat Future eigentlich schon Prüfung gemacht? Weißt das jemand? Nein, hat er nicht. Ich weiß nicht, ob der so eine gute Anrufe gefunden hat. Hat er keine Prüfung gemacht. All units remain on alert. 1412 Feature macht aktuell. Und der noch? Der ist der. Lexi. Nicht Lexi. Eigentlich wird's. Einer von sich online. Einer von sich online.